Hallo, wir sind wieder da. Ihr fucking disgusting, haben wir das letzte Mal gesagt. Warte, der Maxi und ich ständig hören. Die wir in unserem aktiven Hotschatz fangen. Also du musst das jetzt da ein wohl oder übel, obwohl wir es fucking disgusting finden, wieder da reinstecken. Ja. Activate the Clara, please. Sie taugt mir überhaupt nicht mehr. Naja, wir haben sich jetzt auch ziemlich beleidigt, das muss man dazu sagen. Ja, aber die war der Fall, wie gesagt, ich trau ihr nicht mehr so ganz. Sie hat gesagt, activate the Climber, please. Jetzt sitzt die nieder und warte, bis das... Ich hätte nicht gemeint, dass sie sich hier sitzt. Ah, wo du denn das Activate? Schau mal, ob du beim Pendeln was da kannst. Da war was. Ja. War Passenger? War Passenger? War Passenger. Descent. Ja. Und dann den Hebel links vielleicht. Höbel? Ja. Ja, ich bin schon so ein Ding. Haben wir dann... Haben wir dann... Haben wir nicht den Sitz der erschienen ist? Was ist das? Das ist ein Glück, richtig? Ich bin in der richtigen Körper. Ich bin in der richtigen Körper, und wenn ich auf die falsche Seite habe, dann würde ich wegschrauben. Ich meine, es gibt nichts zu wissen, richtig? Du hast nicht den, dass Simon in der richtigen Körper gewartet, hast du? Nicht, dass du wüsst. Ich meine, er würde immer noch sagen, dass er der richtigen Körper ist. Gott! Das ist verrückt! Wir haben eine verrückte Sache gemacht! Und du wirst nicht? Warum wirst du? Wie wirst du wissen, dass es nicht ich, das ich bin, das ich immer wieder bin? Ich bin der Richtige. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte mich nicht denken. Bitte. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich möchte dich nicht aufschrauben. Ich möchte dich nicht aufschrauben. Ich bin der Richtige. Wenn ich klein war, ich bin auf die Stadung auf die Bühne. Ich konnte immer noch nicht, wie ich mich auf die Handel habe, so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the craft flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left or digital copies trapped in computers at the bottom of the scene. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are? Or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Oh, that was so bad. Why are we not running away? Why are we not running away? Why are we running away so far? Hello, Catherine. Oh man. What happened? I'll sit back again. Yes. It's going to be a bit further. The lift is already informed. Shit. You can't take it out. What is it? A metal. Cool. 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 H mac. Cool. Cool. Yeah. Cool. 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 Yeah, you can't let's go and leave. Okay. And... Boah, die Seile schwenken voll. Bei der Sicherung musst du ihn eindrücken, Max. Ich weiß, es ist nicht so viel, aber warum haben wir geblieben? Die Kraft hat für einen Moment geblieben. Ich denke, es könnte die atmosphärische Pressure sein. Er stürmt ziemlich hart, wirklich testet die Grenzen von meinem Seat. Nein, es sollte halten. Es wird halten. Auf die 10. Dann muss ich wieder weitergehen, automatisch. Normalerweise schon, aber ich kann nichts machen. Woher sitzt du wieder nieder? Vielleicht muss der Seatbelt an sein. Schauen wir mal. Ja. Was ist die Unterschiede? Ich fühle mich nicht, dass ich zurückgezogen bin. Und ich habe keine Möglichkeit, zu reflektieren. Es ist einfach... Es ist einfach... Es fühlt sich so, wie schlafen. Ja. Aber generelllich erwähnt, wenn du schlafen bist. Und es ist eine natürliche weitergehen, weil wir oft aufzuhören, wo wir schlafen sind. Meine Erfahrung ist eher wie... ein ever-changinger Moment, der nie wirklich scheint zu finden. Es fühlt sich so, wie ein Film. Ich denke so. Ich denke, es ist lustig. Es ist lustig. Aber es bleibt mich wirklich aktiviert, bis zum Punkt der Exhaustion. Ja. Wie ein Film, der live editiert wird. Das... Das kommt nur über unseren Channel. Ja. Ja. Oh man, wir sind noch nicht da. Irgendwie... Ja. Ja. Nein, nein, nein. Das ist nicht so. Ja, ja. Ja. Er dreht schon langsam durch. Oh scheiße, oh scheiße. Wo ist der Riecher rein? Boah! 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 Das dreht muss einer! Boah! 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 Ich bin so lustig. Schau mal links, wo wir sind überhaupt. Ich meine, da wird Ende Gelände. Der Maxi zeigt auf die unterste Linie. Schau, da ist der Lift über der grünen. Ja, ja, über der grünen geht es. Ja, das habe ich ja gemeint. Da habe ich ein Hit heute. Also... Wieso reden die jetzt schon wieder so casual miteinander? Ich meine, Entschuldigung, da war gerade ein Zombie da. Oder? Oh, fuck. Gassi da. Ich will nicht. Swipe da unten, Tool. Swipe! Ja, genau. Bist du, Deppert. Wie schaut's denn da aus? Hat da wieder keiner zusammengekehrt? Schau mal nach oben bitte dann, wenn's... Okay, das sieht man gar nicht. Wir sind echt tief unten. Oh shit. Genau wie unser Niveau, Maxi. Das war gut. Oh Gott. Boah, das ist ja furchtbar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Irgendeine Wider hat es auch, oder was? Da habe ich mir gesprochen. Stake close to the light. Ja... Ok... Z ist das light. Schau mal rechts... Schau mal da, kann man da hinein? Ok. Nein. Wahrscheinlich schon. Da ist irgendwas. Okay. Da hat's Gewitter, Maxi. Da hat's Gewitter. Äh, nein. Was ist denn die neueste? Unterste. Wiederschauen. Arrival Departure. Arrival Departure. Arrival Departure. Boah, das ist fies, die Stimmung. Das ist echt grausig jetzt. Ja, man sieht überhaupt nichts. Ja, ja, es ist so dreckig und... Ja, der Druck ist so groß. Der Druck, ja. Der Druck ist warm auf mich extrem groß gerade. Underpressured. Das ist ja nicht klar. Nein. 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 Ich habe einfach nichts gemacht, was zu Situationen passt. Nein. Das ist gar nicht vor, aber... Tau, wir müssen uns kurz drinnen. Ja, tunken wir das. Tau? Komm in, Tau. Please answer, Tau. Hallo. Hallo. Tau hier. Nichts. Still. Let's move out. We'll try the next one. Hey, das war sie. War das die Catherine? Das war die, die mit uns redet da. Oder? Ja. Die kommt sicher von da. Ich wett, dass ihr Körper dort ist oder so. Ich glaube auch, sie will da irgendwie rausgekalt werden. Sie will wieder in den Körper zurück oder so. Ja, genau. Sie will irgendwie rausgekalt werden und sie ist aber der Endgegner. Ja, das war ein Fein. Pass. Oh shit. Wir haben es gelöst, Waxi. Ja, pass. Dann fahren wir wieder auf, filmen im Aufzug. Ja, gescheiter war es wirklich. In dem Moment, da nerv ich so flecklich. Ich halte es einmal an den Oberflächen und schaue. Wieso sind wir nicht überhaupt runtergefahren? Ich verstehe es nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ob du da alles besonders mit der Taschenlampe mit dem Rinder setzt. Ja, im Prinzip ist es falsch geschaut. Da fällt sich nichts hin. Aber sie haben gesagt, stay close to the lights. Ja. Also ich würde eher wirklich bei den lights bleiben. Da hinten wird man gesagt, wo keine Lichter sind. Nein, das glaube ich auch nicht. Nicht so ein Spiel, wo man irgendwelche Bonus-Sachen findet. Boah! Einen Flex! Aber was für eine? Einen Wasser-Flex! Oh Gott! Da sind das viele Geräusche. Vielleicht ist das das Unterwasser-Geräusch für die Blühnenviecher. Boah, das ist echt grausam da hier unten. Du willst mir was von grausam erzählen? Oh, strong torrents expected. Was sind torrents? Strömungen? Ja, oder so. Strömungen? Wenn du, falls irgendwas kommt, dann vergiss bitte nicht, dass der Funzel noch eingeschritten ist. Rechts? Da kann man nicht rein. Das ist sowas. Aber das klingt echt wie Gewinter, das ist für dich. Ich würde so gerne schauen, was jetzt dort hinten ist. Ja, du gehst halt hin? Nein, ich bleibe im Licht. Was? 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 dass du da gehengleichst schon zuhause, es war da aber so nachher die Sonne Dünge oh scheiße, ist das ungemütlich boah, das ist der blanke Haar da voll, weil die Taschen abbringt gerade gar nix, aber du kannst dir ja da mal dein Ding reinstecken naja, dann passiert gleich was, weißt das eh ich schau erstmal, wo es da wie geht da gehts wieder raus sollen wir nicht die Torrents abwarten ich glaub nicht, dass die wieder weggehen das glaub ich auch nicht wie geil das war dann so eine Relle ja, es ist immer noch nicht heller worden na dann gehen wir mal da raus dann müssen wir mal zu den Climbers wahrscheinlich boah, der Typ vorher ja ja und gut red naja, da gehen wir ja wieder zurück, oder? na, also wir sind jetzt durch einen anderen, da waren zwei ein- bzw. ausgänge ja, du bist doch denselben wieder rausgegangen, in dem du reingegangen bist naja, ja doch, das garantiert er wegen dem da, wegen der Markierung meinst du? ja, und wegen einem Pendel du hast recht, da müssen wir da ok das ist genau ein Meter daneben ja eben, das ist ja ja jetzt gehen wir dem Kabel nach ja 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 Fähre, fähre, fähre. Einfach da, links, links, da zu dem grünen Ding. Was ist das? Oh Scheiße, oh Scheiße, ich geh da rein, ich geh da rein. Bleib einmal da sitzen. Bleib einfach da sitzen. Ja, die schwimmen da. Das waren jetzt so eine riesen Quastenflosse oder so. Ich lass sie schauen. Okay, wie es in dem Sturm da jetzt weitergeht. Das werden wir niemals erfahren. Schaut euch bitte auf einem anderen Channel. Servus, Servus.